Wenn ich nur einen Spinning Backkick mache in dem Rückkampf, dann ist er am Chin. Dann ist er klar da. Ich weiß nicht, wie so eine eifersüchtige Ehefrau, die dann alles kontrolliert hat und dann tagelang vor dem Video und wieso habe ich jetzt verloren und so. Ich weiß nicht, ich bin nicht so, wenn das Rematch gebührt. Ich habe Gewinn gemacht und akzeptiere das Verlieren und geht weiter mit deinem Leben. Jeder, der den Kampf anschaut, ich bin mir sicher, es gibt Leute in seinem Lager, die sagen, du hast gewonnen, Janu. Und genauso gab es Leute in meinem Lager, die sagen, du hast gewonnen. Es gibt aber niemanden, der eindeutig sagt oder genau sagen kann, so oder so ist es passiert, es war wirklich so knapp. Und dann gibt es wieder Paracetamol? Ja, wenn er braucht. Brauchst du welche am 2.4.? Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Face-Off vor NFC 8. Errens gegen Ösildrim 2-2, weil die beiden im vergangenen Jahr schon einmal gegeneinander im Cage standen. Damals war das eine unglaublich knappe Schlacht. Nun treffen beide erneut aufeinander und diesmal steht dieser Titel hier auf dem Spiel, den dieser junge Herr hier bei der letzten NFC-Veranstaltung in spektakulärer Manier gewonnen hat. Max Koga in der ersten Runde mit einem aufwärtshaken K.O. geschlagen hat. Erste Frage vielleicht an dich, Jano. Jetzt, wo ein paar Wochen vorgangen sind, wie fühlt man sich als frischgebackener Champion nach so einem K.O.-Sieg? Ganz normal. Ich muss noch immer hart arbeiten, um das Verlassen zu sehen, dass ich auch richtig ein Champion bin und könnte bleiben. Und ja, natürlich, so ein K.O. ist cool zu treffen, aber es geht weiter. Weißt du, ich habe ein Ziel und immer durchgehen. Ich bin ganz normal und habe Bock auf ein neues Kampf mit Mert. Tja, wollte ich gerade sagen. Lange hat es nicht gedauert, bis die erste Verteidigung anstand. Warst du, Mert, ein bisschen überrascht, dass die Anfrage jetzt kam, der will den Titel schon wieder verteidigen? Hättest du Zeit und wie sind die auf dich zugekommen und wie hast du reagiert? Also überrascht jetzt nicht unbedingt, dass er ihn verteidigen möchte, weil er hat ja nichts abgekommen im Kampf. Das war ja ein richtig cleaner Shot. Aber überrascht, dass er ihn gegen mich an sich verteidigte, ja schon ein bisschen. Weil, wie ich auch schon beim Interview gesagt habe, normalerweise hätte er jetzt nicht viel zu gewinnen bei dem Kampf, sondern eher was zu verlieren, wenn man es so sieht. Und deswegen, ich habe mich richtig gefreut, richtig Bock gehabt, weil der erste Kampf schon echt geil war. Und ich habe richtig Bock, da nochmal Gas zu geben und nochmal so eine geile Show zu liefern. Also der erste Kampf war wirklich ziemlich cool, den könnt ihr euch noch anschauen. Der ist als Free Fight, also vollkommen für Umme zu sehen bei uns auf dem Kanal. Gerne mal reinschauen, verlinken wir auch hier in der Beschreibung, du sagst. Und ich finde zu Recht, es ist ein Kampf, bei dem er viel zu verlieren hat, nicht ganz so viel zu gewinnen hat. Erklär den Leuten mal, warum du das glaubst? Na, weil auf dem Papier hat er gewonnen. Und theoretisch war es ja ein knapper Kampf, auf dem Papier hat er gewonnen. Und nochmal gegen jemanden zu kämpfen, gegen den man eigentlich schon gewonnen hat. Wieso sollte man sich das nochmal beweisen? So theoretisch auf dem Papier hat man es sich bewiesen, dass man schon gewonnen hat. Es ist jetzt so eher der Kämpfer in ihm, der sagt, hey, ich habe nochmal Bock, das nochmal zu zeigen. Und dass ich es vielleicht auch besser kann. Und wer weiß. Jetzt hast du zweimal gesagt, auf dem Papier hat er gewonnen. Ja. Das impliziert für mich zumindest so ein bisschen, dass du nicht der Meinung bist, dass er tatsächlich gewonnen hat? Also jeder, der den Kampf anschaut, ich bin mir sicher, es gibt Leute in seinem Lager, die sagen, hey, du hast gewonnen, Jano. Und genauso gab es Leute in meinem Lager, die sagen, hey, du hast gewonnen. Es gibt aber niemanden, der eindeutig sagt oder das genau sagen kann, hey, so oder so ist es passiert. Es war wirklich so knapp, dass an dem Tag andere Punktrichter würden sagen, Mert hat gewonnen. Andere Punktrichter sagen, Jano hat gewonnen. Der andere sagt wieder was anderes. Also ist alles möglich gewesen im Kampf. Nein, für mich nicht. Ich habe ganz neutral geguckt. Nicht, dass ich es unrespektvoll gegen ihn sehen wollte. Aber ganz neutral, ich habe den Kampf gewonnen. Es war auch eine Unions-Decision, es war auch eine Split-Decision und etwas. Aber es ist egal, 2 April, ich muss eindeutig sehen und das gehen auch sehen. Und ja, das ist meine Motivation, dass ich auch nur sehen lasse, dass ich eindeutig den Kampf gewonnen habe. Nr. 1 und auch Nr. 2. Er sagt, es war knapp, aber ich habe den Gewinn gemacht. Auch wenn ich ganz neutral habe geguckt, ist das auch so. Und ja, er denkt das schön anders über. Ich bin ein bisschen bei dir, Mert. Je nachdem, wen man fragt, bekommt man eine andere Info. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, das hat Jano klar gewonnen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, Mert hat mehr Kontrolle gehabt, das hat Mert gewonnen. Deswegen haben wir uns hier etwas ganz Besonderes ausgedacht. Normalerweise, ihr kennt das zu Hause am schwarzen Tisch, da wird sozusagen Klartext gesprochen. Weil wir aber auch wussten, dass sowohl Jano als auch du zu den zwei nettesten Typen in diesem Geschäft gehören, dachten wir uns, das funktioniert vielleicht nicht ganz so, wie wir das bisher gewohnt sind. Und deshalb haben wir uns diesen ersten Kampf nochmal genommen, haben ein paar wichtige Szenen aus jeder Runde rausgeklippt und wollen uns das mit euch beiden jetzt nochmal anschauen. Und da vorne steht ein Bildschirm, wir können jetzt draufschauen, für euch zu Hause blenden wir es ein. Wir sehen hier die erste Runde und wir sehen das, was im Grunde von Anfang an auch zu erwarten war. Nämlich ein Jano, der sich viel bewegt, der lang bleibt, der ein paar gute Hände tritt, der dann aber relativ zügig auch runtergenommen wird. Was ging dir da durch den Kopf mehr? Also ehrlich, ich kämpfe mit Leuten, die 70 Kilo wiegen. Vielleicht war es wegen dem Adrenalin, aber mir ist ehrlich gesagt durch den Kopf gegangen, wie leicht es eigentlich auszuheben war. Aber ich denke mal wegen diesem Schub, dieser Ausheber, es hat sich ganz leicht angefühlt auszuheben, ja. Aber sonst nicht viel, weil ich das im Training auch wirklich immer, 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 immer wieder mache. Sobald ich eigentlich wirklich die Turtle habe, dann habe ich die Backmode. Das ist immer ganz klar. Du hast sie nicht nur schnell ausgehoben, du warst auch sehr, sehr schnell auf dem Rücken. Ja, das ist immer. Sobald ich Turtle habe, auch im Training habe ich die Backmode und das sieht man auch hier. Ich habe da einen entscheidenden Fehler gemacht und zwar, dass ich jetzt anfange zu grappeln. Dass ich nicht weiter schlage, sondern einfach nur hier irgendwie immer wieder versuche dann zu grappeln. Was Jano da auch gut gemacht hat, hat meine linke Hand auch festgehalten. Und dann habe ich ihn versucht, selbstständig auf meinen Rücken zu drehen, was ja auch eigentlich dumm ist in dem MMA-Kampf. Weil wenn ich nicht auf meinem Rücken liege, dann kann ich viel schlechter schlagen. So und ja. Trotzdem, wie würdest du seine Submission und seine Takedown-Defense einschätzen? Takedown-Defense war jetzt nicht so gut, aber von der Back ist es auch sehr schwierig, den Takedown zu defenden. Aber die Submission-Defense war wirklich gut. Ich habe da keine Lücke gefunden, um den Reneke Choke überhaupt irgendwie anzusetzen. Hat einfach nicht geklappt. Immer war irgendwie sein Kinn drin oder sein Kinn war eingedreht. Irgendwas war drin und hat man das Submission nicht zubekommen. Das ist was, auf was du im Rückkampf mit Sicherheit achten musst, oder? Natürlich. Aber ich habe dafür den Failure gemacht. Ich habe Drück gemacht und ich habe Spinning Back Kick gemacht. Wenn ich nur einen Spinning Back Kick mache in dem Rückkampf, dann ist er am Chin. Dann ist er klar da. Ich mache keine Fehler mehr, damit ich eine Technik nicht gut mache. Wenn ich etwas mache, dann ist es gut, aber ich mache es gar nicht. Ich muss nur, wie gesagt, eindeutig sehen, keine Fehler machen. Und ja, in dem zweiten Kampf gehen wir das sehen. Wir sehen jetzt hier gerade den Einstieg zu einer Submission, die man nicht allzu häufig sieht. Weltweit nicht, in Deutschland erst recht nicht. Es wäre, wenn es geklappt hätte, der zweite Twister auf deutschem Boden gewesen. Zumindest nach meines Wissens. Und ich bin ja bei den meisten Kämpfen live dabei. Hat dich das ein bisschen gewurmt, dass es am Ende nicht geklappt hat? Das wäre schon ein Ding gewesen. Ich habe mir den Kampf auch nochmal mit Dustin angeschaut. Den ersten gemacht hat, genau. Und er meinte, da war ein Fehler drin mit der Hand. Dann haben wir den Kampf nochmal angeschaut, weil ich wissen wollte, welcher Fehler denn drin war. Und dann meinte er, nee, hey, da ist doch kein Fehler drin gewesen. Also die Hand, alles war eigentlich richtig platziert. Er hat es halt einfach ausgesessen. Vielleicht auch, weil er ein bisschen größer ist als ich. Es ist immer schwieriger, einen Twister bei jemandem zu ziehen, der größer ist als jemanden. So dann halt. Jede Woche lege ich so bei meinem Physio auf den Tisch. Ja, ganz klar. Auch im Kampf, ja. Ich habe das abgesetzt. Leute haben gesagt, ich habe so etwas von der Twister gefühlt. Ja, zero. Gar nicht. Gar nicht. Ich habe auch gesetzt, ich habe in der Position gesetzt, dass ich so etwas, okay, was muss ich nun machen? Ich kann nicht ganz richtig bewegen, aber kein Schmerzgefühl oder etwas. Aber ja, es war eine unkomfortable Position. Aber ich habe gar kein so etwas gehabt, oh Gott, er könnte mich submeten oder etwas. So wie ich sage, ja, der Physio macht das auch. Der Physio macht den Twister. Kurz vorher hatten wir, wir haben es gerade gesehen, den relativ schnellen Back-Take von Mert und den Versuch von einem Real Naked Joke. Und er hat es auch geschafft, dich lang zu machen. Also Hooks rein, dich lang zu machen. Das ist in der Regel eigentlich eine Position, die sehr, sehr gefährlich ist für einen Kämpfer. Wenn du dann schon ausgestreckt bist. Wie sehr in Gefahr warst du in diesem Moment? Ja, ich denke, alle Jungs, die mich trainieren, machen das mit mich. Und dass sie wissen, dass sie das machen müssen, um überhaupt ein Gewinn zu machen, auch mit Sparen und etwas. Das ist nicht, dass ich mich richtig wohl fühle in dieser Situation. Aber ich komme da mehrmals. Ich weiß, wie ich ein klein bisschen arbeiten muss. Ich weiß, wie ich von dieser Position wieder arbeiten muss. Wenn du viele Male trainierst, was unkomfortabel ist, wird das komfortabel. Das ist das, was ich trainieren muss. Man gewöhnt sich sozusagen an sowas. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, du hast die Ruhe bewahrt in dieser Situation. Man kann unterm Strich, aber glaube ich dennoch sagen, das war jetzt nur eine Minute oder so aus dieser ersten Runde. Aber ich glaube, und da stimmst du mir wahrscheinlich auch zu, die erste Runde ging an Mert. Ja, ja, sowieso, ja. Ich denke, als ich den Fehler nicht gemacht habe, dann war die Runde ein für mich. Ich war gut am Stand, ich war in der Küche. Und ja, dann habe ich den Fehler gemacht mit der Kickhaken. Und ja, das passiert auch im Kampf so. Aber ja, in der ersten Runde war das Gewinn so Mert, ja. Würdest du zustimmen, nehme ich mal an. Ja, gut. Dann gucken wir mal in die zweite Runde rein, würde ich sagen. Wir punkten ja jetzt einfach mal mit, zumindest mit diesen Highlights sehen. Sofort wieder der Versuch eines Shoots, aber diesmal verteidigt Mert. Gut verteidigt auch, ja. So, da warst du auf Zack. Und hier, finde ich, sieht man auch, wie knapp diese, also das war für mich auch die knappeste Runde in diesem Kampf. Denn man sieht beide Treffen. Also du hast jetzt gut getroffen, aber es kommt sofort auch die Antwort von Mert. Warst du überrascht davon, wie gute Treffer Mert auch im Stand landet? Der ja eigentlich als Ringer da angekommen ist? Äh, nee. Jedermann kann Treffer landen. Weißt du, weißt du, als Sommiges Tschetschener könnte alle einmal ringen, aber die machen keinen Haken. Und wenn der sitzt, der sitzt, weißt du. So, jeder Mann kann streiken, aber nicht Precision Striking. Weißt du, er hat Schlage gemacht, aber nicht war hier und auf der Deckung. Und ja, nicht war die Musseitze. Und deine Treffer waren präziser hier, sagst du? Ich muss auch ein klein bisschen besser an Bürgerarbeit, aber ich denke, dass ich viele Male bessere Streiks durch das Mitte habe gemacht. Ja, 100%. Und hier packst du den Spinning Back Kick nochmal aus, gerade eben war er einmal. Ja, aber er war zum Körper. Und wollte ich sagen, du hast ihn nochmal getraut, zweimal und zweimal auch getroffen. Ja, ja, ja. Also würdest du den im zweiten Kampf auch nochmal versuchen? Ich habe einen ganz anderen Gameplan für den zweiten Kampf. Ja, wie hast du die zweite Runde erlebt? Also bei mir war es in der zweiten Runde so, dass ich wirklich von dem Twister-Versuch müde war. Ich bin auch rausgekommen in die Runde und dann war so für mich, also Peter meinte, hey, super Runde, genau so weitermachen. Ich habe ihm aber auch gesagt, hey, durch das Anziehen, dieses Halten, das übersäuerte schon extrem die Muskulatur. Wenn man denkt, hey, vielleicht kann man den Finish holen, wenn es nicht klappt, ist es halt immer so ein Risikospiel. Und ich bin müde in die zweite Runde gestartet, auf jeden Fall. Ich war viel, viel müder, deswegen auch die Deckung dann immer hier. Und ich habe jetzt die letzten Monate, wie ich dir auch im Interview gesagt habe, jetzt mit einem neuen Boxcoach gehabt. Und der meinte zu mir auch so, hey, bei diesem Kampf, Siegmann, du hast keine Ahnung von Striking. Du bist nur mit deiner Physis, mit deiner Präsenz, bist du da und drückst ihn und schlägst halt und kassierst. Aber du hast keinerlei Ahnung von Aufbau, was machst du, wie gehst du rein, wie bereitest du vor. Und genau an dem haben wir halt gearbeitet. Und deswegen muss es genauso bei mir sein. Ich werde einen ganz anderen Gameplan für den Kampf haben. Also seid ihr euch da quasi einig? Das ist im Grunde das, was Giano gerade gesagt hat. Natürlich, jeder kann striken, aber das Ganze mit System zu machen, ist nochmal eine andere Ausnummer. Auf jeden Fall, genau. Und das System ist jetzt da? Das System ist da. Okay, also erwartet dich jetzt ein anderer Striker im nächsten Kampf? Ja, das hat er in dem ersten Kampf auch gesagt, dass er ein neues Markt war. Aber nur ist er, er ist wieder ein neues, neues Markt. Ich bin gespannt. So wie du gesagt hast, der ewige Grind, immer verbessern, immer verbessern. Ja, genau. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir halt schauen, wer jetzt die noch bessere Entwicklung ist. Und gerade bei so einem Kampf, was so schön auf Augenhöhe war, ist es richtig schön zu sehen, wer in kürzerer Zeit sich noch besser entwickeln kann. Ja. Brauchen wir einen neuen März? Sehen wir einen neuen März? Braucht es den überhaupt? Verzeihung, einen neuen, Verzeihung, einen neuen Giano? Braucht man, braucht es den überhaupt? Nee, ich bringe der alte Howard Daim zurück. Ja. Homo present. Wem geben wir diese zweite Runde? Also wir haben Treffer auf beiden Seiten gesehen. Wie würdest du die werten? Du sagst, du bist müde reingekommen. Aber wir haben es gesehen. Auch selber ein paar Treffer gelandet. Eine knappe Runde. Komm, Saran jetzt. Wem gibst du die zweite? Sagen wir ihm. Ich gebe es ihm. Ja, dann ist es doch richtig, dass der zweite Runde auch für mich war. Und dann habe ich doch den Kampf. Dritte Runde hat die nochmal… Dann bist du doch auch neutral, dass ich den Kampf habe gewonnen. Also die zweite Runde war bei mir müde und ich bin müde reingestartet. Ich habe die Treffer nicht gezählt. Man könnte jetzt anfangen, die Treffer zu zählen, wer mehr Schaden angerichtet hat. Keine Ahnung. So, wie ich dir auch schon im Interview gesagt habe, ich war jetzt nicht wie so eine eifersüchtige Ehefrau, die dann alles kontrolliert hat und dann tagelang vor dem Video. Und wieso habe ich jetzt verloren und so. Ich habe den Kampf danach einmal angeschaut und dann waren immer viele Leute da. Also natürlich sind ja Freunde, die sagen dann, du hast eigentlich gewonnen. Aber für mich ist gegessen. Das hätte, hätte, wie auch immer. Das ist nicht passiert. Also ist egal. Wenn es klappt, klappt es nochmal. Wenn nicht, geht es auch so weiter. Und deswegen, ich habe den Kampf jetzt nicht jedes Mal angeschaut. Aber ich würde fast sagen, die zweite Runde war seine. Okay, dann würde es, da bist du wahrscheinlich derselben Meinung, nehme ich mal an. Das heißt, es steht jetzt 1-1 nach zwei Runden. Dritte Runde entscheidet. Und da gucken wir mal rein. Jetzt schau mal, welche Sequenzen du rausgesucht hast. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also da gibt es wieder einen verteidigten Takedown. Also da haben wir nochmal das Thema Takedown und Defense angesprochen. Diesmal gelingt er auch nochmal. Hart dafür gearbeitet. Und Top Control für dich. Sieht also gut aus in der dritten Runde. Kann man sagen. Und hier liegt er erstmal ein bisschen. Giano macht einen guten Job. Klammert erstmal. Irgendwann kannst du dich dann doch lösen. Ein paar gute Hände landen. Wie hart war das Ground und Pound? Hier sind schon ein paar gute Treffer dabei. Ich habe hartere Schläge gehabt. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich keine guten Treffer war. Aber ich habe hartere Schläge gehabt. Aber du wirkst nicht impressed. Du wirkst nicht bei einem. Ja. Nicht richtig. Nicht richtig. Okay Merth. Du hast gesagt in der ersten Runde vielleicht den Fehler gemacht. Ein bisschen zu viel zu grappeln am Boden. Weniger zu schlagen. Hier hast du versucht zu schlagen. Da habe ich eher versucht zu schlagen. Zu punkten. Nochmal reinzuholen. Weil MMA, das neue Regelwerk ist ja. Wer mehr Schaden anrichtet, der gewinnt sozusagen die Runde. Und ich habe halt versucht so viel wie möglich Schaden anzurichten. Und beim Reden auch mit den Punktrichtern hat zum Beispiel dort keiner irgendwie das Ground und Pound überhaupt gesehen. Es hieß dann, du hast dort nur kontrolliert. Du hast gar nicht geschlagen. Und das Blöde war halt, wir waren jetzt zu euch gerichtet zum Kommentatorpult. Das heißt, Punktrichter sind alle im Rücken gewesen. Also kann auch sein, dass da keiner was sieht. Ja gut, eigentlich sind die ja verteilt um den Cage. Die sollten das schon sehen. Jetzt haben wir hier eine Szene. Es ist gut, dass du nochmal zurückgespult hast, Kahn. Also wieder Takedown verteidigt von Giano. Und diesmal sofort der Backtake. Blitzschneller Backtake. Und sofort in die Mountain. Mach mal kurz Stopp, bitte. Und du hast es ja vorhin selbst gesagt. Bei ihm spielend auf den Rücken gekommen. Ich glaube, du hast auch in einem anderen Interview mal gesagt, wenn ich so schnell auf den Rücken komme, dann kann er kein allzu guter Grappler sein, wenn ich in zwei Sekunden da drauf bin. Das war aber auch sehr schnell, der Backtake jetzt von ihm. Backtake auf jeden Fall. Wenn man aber die weitere Sequenz anschaut, geht diese ganze Sequenz. Wie lange? 15, 20 Sekunden und ich bin schon wieder auf dem Bein. Das sollte ja theoretisch bei einem richtig guten Grappler. Der hat den Back und dann hat er den Back. Und dann ist es, dort endet es dann. Und hier war es jetzt so, dass es, wie lange geht die ganze Sequenz? 15, 20 Sekunden. Ja. Und vom Back bin ich wieder sofort auf dem Bein und wieder oben. Und am Ende ist das jetzt aber die Szene, die dich vermutlich diese Runde zumindest gekostet hat. Wahrscheinlich, ja. Der letzte Eindruck ist halt super wichtig und das hat er richtig gut gemacht. Sofort nochmal einen Angriff nachgesetzt. Was bleibt als letztes im Kopf? Nicht irgendwie, was in der ersten Minute passiert ist, sondern das, was die letzten 20 Sekunden passiert ist. Und dann ist ein ganz anderes, ganz anderes Bild einfach vom Kampf. Jetzt haben wir ja gesagt, dritte Runde entscheidet. Es steht eins zu eins nach den Wertungen, die wir jetzt hier vorgenommen haben. Dritte Runde lief anfangs auch gut für dich. Du hast einen Takedown gehabt, du hast ein bisschen Ground und Pound getroffen. Und dann gab es jetzt diesen verteidigten Takedown mit Back-Take, danach schnell wieder aufgestanden. Rechtfertigt diese Szene, dass du die dritte Runde und damit den ganzen Kampf abgibst? Genau. Das ist jetzt da, wo sich die Geister, die alle spalten. Ich sage nein, andere würden sagen ja. Und jetzt ist halt die Frage, was ist mehr gewichtet? Irgendwie anderthalb, zwei Minuten Ground Control mit Ground und Pound. Im Stand war es mehr oder weniger, da habe ich wie gesagt auch nicht die Treffer gezählt. Kann sein, ich habe vielleicht einen mehr. Kann sein, er hat vielleicht zwei, drei mehr getroffen. Und dann halt diese Sequenz. Und jetzt muss man abwägen, was wird mehr gewichtet. So Stand war in der dritten Runde relativ ausgeglichen. Er hat ganz am Ende diese kleine Sequenz und ich hatte zwei Minuten Ground Control. Er sagt, ganz kurze Sequenz, er hatte dafür zwei Minuten Kontrolle vorher. Er findet es ungerecht, dass dafür die Runde an dich geht. Was sagst du dazu? Ja, der Kontrolle hat er gehabt. Er sagt, dass er flinke Ground and Pound gemacht hat. Aber ja, ich finde, dass das nicht Ground and Pound war, wie man das richtig machen muss. Und in den zwei Minuten habe ich gar kein Schaden bekommen oder etwas. Ich bin aufgestehen von der Rückseite. Und jetzt, wenn ich von der Rückseite aufgestehen war, habe ich richtig aufgeregt. Mit Striking nach vorne, Druck gesetzt und das, wie sagst du das? Die Volume habe ich gemacht im Kampf. Und dann hat er ein kleines bisschen, ich habe keinen Treffer gelandet. Er macht einen Takedown. Und er macht den Takedown nicht. Ich nehme über und ich mache das. Ja, ich denke schön, dass in die zwei Minuten davor, war er nicht so eindeutig wie in meine letzten drei Minuten. Ich habe noch immer in die andere Minute, er hat zwei Minuten Kontrolle gehabt. Der Kampf war fünf Minuten. Die Runde war fünf Minuten. In die anderen drei Minuten habe ich den Druck gemacht. Ich habe das Pace hoch gemacht. Und ich habe immer das gearbeitet für die Runde. Und auch in das Ende, ja, klopp. Ganz in das Ende, die letzten 15 Sekunden, wenn ich sprall und ich habe sein Neck. Ich höre in meiner Ecke und das habe ich den ganzen Kampf gegen Mert machen müssen. Verteidig, verteidig, verteidig. Ich muss gar nicht für eine Sommission gehen oder ein Risiko nehmen oder etwas. Und das war auch das Gameplan für den Mertfight 1, dass ich nicht so viel Risiko nehmen muss. Ich war in Zünn, da konnte ich keine Kämpfe bekommen und etwas. Und für mich war ein Gewinn in Deutschland gegen einen guten deutschen Junge. Es war für mich sehr interessant, um das Gewinn zu machen. Und ich muss das schlimm machen. Und in den Kampf 1 habe ich das ganz schlimm gemacht. Ich habe für mich richtig das Gefühl, dass auch mehreren Teil der Leute mit mich instimmen, dass der Kampf am Punkt für mich war. Das ist natürlich klar, dass du das sagst. Jetzt kommst du aus einem spektakulären Sieg, dem K.O.-Sieg über Max Koga. Du hast den Titel gewonnen und dir wird Mert nochmal angeboten vom Matchmaker Max Mert. Was ging dir durch den Kopf? Wie lange hast du überlegt, das Ding anzunehmen? Hattest du Bock auf den Kampf? Weil er hat es gerade selber gesagt. Viel gewinnen kannst du aus dem Kampf nicht, denn du hast ihn ja schon mal besiegt auf dem Papier, wie du gemeint hast. Die Fallhöhe ist sehr hoch, du kannst viel verlieren damit. Ja, klopp. Ja, wenn ich das Angebot hatte, hatte ich so etwas, muss ich wieder ein Rematch? Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so gern, wenn das Rematch gebeurde. Ich habe Gewinn gemacht und akzeptiere das Verlieren und geht weiter mit deinem Leben. Aber ja, trotzdem bin ich nur hier und habe ich auch gekocht für andere Optionen, die ich machen konnte. Aber ich könnte jetzt zu einer anderen Organisation gehen. Aber dann muss ich drei Kämpfe machen. Im Kontrakt muss ich drei Kämpfe machen und das ist für mich so viel. Ich habe ein Ziel. Ich will kämpfen, eine Kämpfe, zwei Kämpfe und dann will ich zur UFC gehen. Ich will als erster holländischer Niederlander in das Federgewicht sein. Und das ist mein Ziel. Und dann muss ich so etwas annehmen, dass ich ein One-Fight-Kontrakt habe. Und die NFC zahlt auch gut. Das ist die wichtigste Aussage an alle Kämpfer da draußen. Die NFC zahlt auch gut. Mert, er sagt es selber, er möchte der erste Niederländer sein. Holländer, soll ich nicht sagen. Holländer sind die im Norden. Der erste Niederländer, der in der 66er-Klasse den Sprung in die UFC schafft. Hat der UFC Potenzial? Auf jeden Fall. Ich finde auch, den Kampf hätte man genauso in der UFC machen können. Also auf jeden Fall. Genauso wie er es hat, habe ich es auch. Und so wie man auch in dem Kampf sieht, die Qualität des Kampfes ist an sich einfach top. Könnte man genauso in der UFC einfach so verkaufen. Jetzt haben wir in diesem Kampf, die Szene habe ich nicht mit rausgeklippt. Bewusst nicht. Ein paar Mal eine Szene gesehen, die wir auch in dem Max-Koga-Kampf gesehen haben. Nämlich ein Aufwärtshaken von Jan Neuer. Das ist wahrscheinlich eine deiner Lieblingstechniken, würde ich jetzt mal behaupten. Das haben wir zumindest in den letzten Camp ein paar Mal gesehen. Bei Max Koga war sofort K.O., Kampf vorbei, Titelwechsel. Du hast das Ding einmal zumindest genommen, meine ich. Da ist sogar ein super Bild von Pervin. Ja. Die hat ein richtig perfektes Bild, wo man eigentlich gerade die Faust sieht. Und mit meinem Kopf ist hier so die Lippen ein bisschen hoch. Und er hat mich auch in der ersten Runde, das waren glaube ich die ersten 20, 30 Sekunden, hatte mich damit einmal getroffen. Hat kurz so ein bisschen geblitzt. Und dann war für mich, aber ich glaube, den Rest der Runde war nicht einmal mehr, oder den Rest des ganzen Kampfes, hat keinen Aufwärtshaken mehr getroffen. Weil für mich gleich war, oh, den schlägt er gerne. Und wenn ich den Kopf so halte, dann trifft er den auch gut. Da muss ich jetzt drauf aufpassen. Also ich habe den auch einmal genommen. Ich habe ihn halt wahrscheinlich nicht so hart bekommen wie Max. Und habe ihn auch vielleicht ein bisschen besser weggesteckt. Und habe es danach versucht halt nicht mehr zu machen. Und deswegen ich danach auch nicht mehr mit dem Aufwärtshaken getroffen wurde. Besser weggesteckt ist das Stichwort. Also wie viel Selbstvertrauen gibt das? Wenn man dann sieht im Dezember, der Koga, erfahrener Mann, hervorragender Kämpfer, geht K.O., boom, einmal getroffen. Und du steckst das Ding weg und machst einen 15-Minuten-Kampf daraus. Dass ich einen Stahlschädel habe, wusste ich vorher schon. Also ich habe einen harten Kopf. Ich mache auch bei uns mit den Heavyweights gerne harte Sparring mit dicken Handschuhen und so. Das ist nicht so das Problem. Das wusste ich auch davor schon, dass es härter ist. Ist das ein zusätzlicher Ansporn für dich zu sagen, diesmal muss ich vorzeitig gewinnen? Also erstens, um auch diese Diskussion diesmal zu vermeiden, der hat gewonnen, der hat gewonnen. Einen eindeutigen Sieg, einen Finish, ein K.O. zu holen gegen ihn? Ich gehe nicht vor ein K.O. oder etwas, aber ich gehe für einen eindeutigen Gewinn. Ich muss es eindeutig sehen. Wie du es auch sagst, ich bin noch immer Ausländer. Auch da bin ich Champion, ich bin noch immer Ausländer. Und ich muss es eindeutig sehen. Und auch für mich ist das eine Motivation, dass Merck gegen mich sagt, ich habe das Kampf gewonnen. Ich habe das gewonnen und ich lasse dich nochmal sehen. Aber das ist für mich die Motivation, um zu sagen, ich muss es nur eindeutig sehen. Und das wissen die Leute auch. Ich habe viele Pressure an meinen Schultern. Ich muss das eindeutig machen, 100%. Und dann gibt es wieder Paracetamol? Ja, wenn er braucht. Brauchst du welche am 2.4.? Ich glaube nicht. Ich nehme mit. Soll er sich gleich welche mitnehmen, können wir zusammen welche nehmen. Es wird auf jeden Fall ein richtig geiler Kampf. Ich denke, wir sind beide eingestellt einfach auf eine Schlacht. Und wir bieten den Fans einen geilen Kampf. Beide werden nicht zurückscheuen, irgendwie die neue Leistung zu zeigen. Und genau so wird es ablaufen. Wie gesagt, guckt euch den ersten Kampf unbedingt nochmal an. Bei Fighting auf YouTube. Ein geiler Kampf wird das Rematch auf jeden Fall. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Das sind hier zwei der besten Federgewichte Europas, die hier sitzen. Ganz klar. Was nimmst du mit aus diesem ersten Kampf in den zweiten? Was würdest du vielleicht anders machen? Ist mir klar, dass du jetzt nicht den kompletten Gameplan hier auspackst. Aber es gibt ja schon. Wirst du ein bisschen aggressiver rangehen? Wirst du mehr ringen? Wirst du weniger ringen? Was nimmst du mit aus diesem ersten Kampf? Also an sich aus dem ersten Kampf habe ich jetzt mitgenommen, dass ich gerade, wenn es so Bodenkampfsequenzen war natürlich, dass ich da für mich selber gesehen habe, das hat richtig gut geklappt. Und dass ich natürlich versuchen sollte, das dahingehend viel mehr hinzubringen. Und nicht irgendwas, wo er vielleicht besser ist oder wo wir auf Augenhöhe sind. Wofür? Das ist ja MMA. Man sucht sich immer das raus, wo man sieht, da habe ich die Vorteile. Und genau das nehme ich aus dem Kampf mit. So viel mehr versuche ich meine Vorteile ihm aufzuzwingen. Tja. Und bei dir? Titelverteidigung ist sicherlich das Wichtigste. Wir haben es gerade gehört. Du willst einen eindeutigen Sieg. Danach könnte ja das nächste Rematch warten. Wir kämpfen ewig nur noch gegen einen anderen. Ja, ewig Rematches oder was? Ja. Ich weiß nicht. Günnt. Kann. Günnt. Ich weiß nicht. 2. April ist für mich das nächste und dann sehen wir weiter. Dann sagt uns doch noch zum Abschluss, warum sollten die Leute am 2. April unbedingt zuschauen? Ihr habt den Hauptkampf. Es geht um den Titel. Was können die Leute erwarten? Ob da das Haupt-Time ist. Also 2. April. Die Fightcard der NFC hat schon immer was Geiles geboten. Und das wird auch nochmal ein Kracher-Fight. Also einfach einschalten. Das lohnt sich jedes Mal bei der NFC. So können wir das glaube ich stehen lassen. Das war ein etwas anderer Face-Off am schwarzen Tisch. Die beiden waren sich weitestgehend einig. Ich glaube, werden sich hinterher auch die Hände schütteln. Allzu viel böses Blut gibt es da nicht. Braucht es aber gar nicht unbedingt. Denn das wird glaube ich sportlich ein absolutes Highlight. Mert Özjildirim, der NFC-Champion im Federgewicht. Giano Ehrens am 2. April gibt es das Ganze. Der Hauptkampf von NFC 8 im Maritimhotel in Düsseldorf. Tickets gibt es unter fighting.de slash tickets. Und falls ihr es nicht nach Düsseldorf schafft, schaut euch das Ganze an bei Fighting auf YouTube. Das war's von mir. In diesem Sinne bleibt gesund. Hau rein. Hau rein. Tschüss. Tschüss. Dil concealed.